Guten Morgen, Gnade und Gnade, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin wieder zurück aus Warschau, was war das bitte für ein turbulentes, geiles, brutales Wochenende, ich hoffe ihr habt es auch genossen, die Vlogs sprechen für sich, also die Resonanz von euch auf den Wettkampf war einfach nur geisteskrank, vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle Glückwünsche und ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal ein bisschen die Zeit und quatsche mit euch über den Wettkampf, über die Wettkampfplanung, wie es weitergeht, wie es überhaupt dazu gekommen ist und und und. Fangen wir ganz vorne an, wir haben Anfang des Jahres, wir haben Januar, ich habe ja letztes Jahr im Stream bereits gesagt und ein paar Mal, dass ich noch gerne einen letzten Tanz machen möchte, ein letztes Mal auf die Bühne, beziehungsweise eine letzte Saison machen möchte, habe ich mir Adam Rembisch, den ihr jetzt auch aus den Vlogs kennt, zur Seite geholt, als Hilfe geholt, einer der besten Coaches aus Polen, darauf es jetzt wunderbar funktioniert, was wir gemacht haben, dafür, dass wir uns erst so kurz kennen und meinen Körper noch nicht so lange kennt, habe ich in der zweiten, ich glaube es war die zweite Januarwoche, die Zusammenarbeit mit ihnen angefangen, ja, ich habe einfach gesagt, pass auf, ich habe Bock auf den Wettkampf, aber ich bin sehr selbstkritisch, ich bin gespannt, was wir daraus zaubern können, ich habe verdammtes Defizit, was die Beine angeht, was die Rückentiefe angeht, lass uns einfach eine Prep anfangen und am Ende gucken wir, wenn die Form gut ist, wenn ich zufrieden bin, werden wir einen Wettkampf machen oder mehrere. Ja, seit dem Januar, Anfang, Mitte Januar haben wir angefangen, es gab wirklich keinen einzigen Cheat, es wurde nicht einmal Cardio geskippt, keine Trainingseinheit, keine Mahlzeit war verpasst, also ich habe wirklich alles von Beginn auf zu 100% gemacht. Zu 100% hat man dann auch gesehen, die meisten haben sich schon gedacht, ey, der führt doch was im Schilde, der William, der macht doch irgendwas und ich habe jeden quasi hops genommen, tut mir auch irgendwo leid, aber ich wollte es einfach mal anders machen als alle anderen. Ich habe mir gedacht, pass auf, ich sage einfach, es ist eine FIBO-Sommer-Diät und ich verbessere meine Schwächen dann im Rebound, im Aufbau und starte dann eventuell im Herbst oder nächstes Jahr. Ich wollte einfach mal die Bombe platzen lassen, einen Tag vorm Wettkampf, das war auch der Plan, habe ich auch mit Onkel Jacek vorher im Vorfeld so durchgequatscht, das ist doch mal was Geiles, weil alle dokumentieren immer ihre Wettkampf-Prep mit Vlogs etc. Finde ich auch geil, finde ich auch interessant, aber ich wollte es mal einfach anders machen als alle anderen. Es hat auch geklappt, hat funktioniert, ungefähr so einen Monat vor der FIBO war die Form dann schon recht gut, die Beine wurden freier und sahen dann nicht mehr so dünn und deformiert aus. Ich bin immer noch mega unzufrieden mit meinen Beinen, was das angeht, ich bin aber auch, wie ihr mich kennt, sehr, sehr selbstkritisch, immer, ja, ich war, ich bin nie mit mir zufrieden, sei es der Oberkörper, Unterkörper, der Oberkörper haben wir jetzt gut auf ein gutes Level gebracht, definitiv, Beine sind auf jeden Fall immer noch verbesserungswürdig. Ja, und dann haben wir uns entschieden, erstmal haben wir geguckt, was es für Regionalshows in Deutschland gibt, aber dann kam ja auch noch die Auswanderung, der Umzug, quasi im selben Zeitraum zustande, da habe ich mir gedacht, pass auf, mach doch einfach mal die Regionalshow in Polen, du darfst die machen, wenn du in dem Land gemeldet bist. Also haben wir uns eingetragen, registriert und waren vergangenes Wochenende in Warschau, Marki, bei der MPC Regional Show, Cup of Poland, dort konnte ich meinen Klassensieg holen, mega krass, ich bin wirklich mit gar keiner Erwartung in diesen Wettkampf reingegangen, ich habe mir auch keine Gegner angeguckt, mache ich bis heute nicht. Mein Ziel war es tatsächlich, mein bestes Paket abzuliefern und wenn man sich die Bühnenbilder von damals vergleicht, 2019, 2020, habe ich es definitiv geschafft. Auch vom Unterkörper, die Beine waren besser, der Oberkörper war viel reifer von der Muskulatur, ich saß zwar die ganze Zeit auf dem Stuhl, aber ich war ja fleißig am Trainieren, ich habe ja immer gut gegessen, mal mehr, mal weniger, wenn ich Reisen hatte oder so, habe ich mir natürlich immer gegönnt. Ich habe letztes Jahr viel gefeiert, muss ich ehrlich sagen, also Silvester, eigentlich der gesamte November in Orlando, mein Geburtstag, also der November, der Dezember, da habe ich ordentlich, ihr wisst ja, wie es in Polen ist, Feiertage, da wird das eine oder andere Glas gehoben, ich mache mich nicht verrückt, man soll ja auch ein bisschen irgendwo sein Leben genießen und ab diesem Jahr war Schluss, sagen wir mal ehrlich, ins Finale, da wollte ich schon rein, Finale bei der MPC ist immer die Top 5, das haben wir dann auch geschafft, im ersten Vergleich wurden die ersten drei dann rausgeholt, da wusste ich, okay, Top 3 ist drinne, dass ich dann das Ding noch gewonnen habe, war für mich völlig unrealistisch, also ich konnte es kaum glauben, ich dachte mir, okay, den dritten müsstest du auch besiegen, weil der war nicht ganz fertig, der hat auch nicht so eine schöne Farbe, aber der Zweitplatzierte, der ist schon ein Brocken, der wird schwer, der hat vor allem gute Beine, einen guten Gluteus, Auslandenlatt, den konnte ich mir auch noch schnappen, also Klassensieg und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, war der Best Posing Award mit meiner Kür, die wirklich völlig Freestyle war, aber ich habe mir die jetzt im Nachhinein herangeguckt, die sah auf jeden Fall stabil aus, dafür, dass es Freestyle war, natürlich ein bisschen verwässerungswürdig, man könnte die Posen etwas länger halten, wurde mir auch oftmals geschrieben, aber ich habe zu James Brown, This is a Man's World, zum Takt gepostet, ja, das ist immer dieser Takt und zu diesem Takt habe ich immer eine Pose rausgehauen und dementsprechend kannst du die Posen nicht so lange halten. Gesamtsiegerstechen, wurde ich Zweiter, aus Classic Physikklasse B, ich war in C, das ist halt nach Gewichtslimiten mit Körpergröße, war es A, B, C und D, D sind die Größten, A sind die Kleinsten Jungs, ich bin irgendwo so dazwischen, der aus B hat mich besiegt, der war aber auch eindeutig besser als ich, der hatte brutale Beine, einen richtig schönen Latt, der hat sich den Gesamtsieg geholt und den werde ich auch wieder treffen am 25. Mai, denn da geht es wieder an den Start und jetzt reden wir natürlich erstmal über die weiteren Pläne der Saison, weil die Saison ist nicht zu Ende, ich finde es immer schade, wenn man sich so lange runterhungert, so viel am Leiden ist und nur einen Wettkampf macht, deswegen, der Flug ist gebucht, für mich geht es direkt heute nach Alicante, also das Video erscheint am Donnerstag und am Donnerstag fahre ich erstmal von Tschetschin aus nach Berlin, eineinhalb Stunden zum Flughafen, lasse die Karre dort stehen und dann fliege ich nach Alicante. Am Samstag, nee, am Freitag kommt Adam, richtig geil, wir sind zusammen im selben Airbnb, Marcin, der Cheeseburger-Man, der ein bisschen überladen war, kommt auch mit uns ins Apartment und natürlich für saftigen, fleißigen Content ist unser Kameramann René auch am Start, also wir werden wieder vloggen, wir werden euch Material liefern von den Wettkampfen in Alicante, von den Wettkampfen in Alicante, es sind auch viele deutsche Jungs, habe ich gesehen, Holwig ist am Start, der startet bei den Pros, sehr brutale Form, nicht Holwig, sorry, André Gerstner, tut mir leid, habe es kurz verpasst, vercheckt, André Gerstner bei den Pros, weil es gibt ab 16 Uhr eine Pro-Show, die gucke ich mir wahrscheinlich auch noch an, wenn Zeit da ist und Justin, der um seine Pro-Card kämpft, der die Pro-Card auch, denke ich mal, zu 100% holen wird, wenn es nicht auf diesem Wettkampf ist, dann auf einem anderen, aber ich bin sehr zuversichtlich, deswegen, es wird ein geiles Wochenende, ich freue mich, Alicante wollte ich eh schon immer mal hin, ist ein cooler Urlaubsort, aber auch die Wettkämpfe dort sind gut und da bleiben wir jetzt bei, das Niveau ist natürlich auch hoch, ich habe jetzt sehr viele Nachrichten bekommen, hol dir die Pro-Card, hol dir die Pro-Card, Freunde, das ist nicht mein Ziel, es ist für mich weit hergeholt, es ist sehr unrealistisch, der Unterkörper ist einfach und Gluteus eines Profis nicht würdig, sage ich immer, ich habe jetzt natürlich Blut geleckt, muss man ehrlich sagen, aber Profi ist nicht das Ziel, wenn es passiert, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, ist es natürlich geil, aber schreibt mir bitte nicht, du wirst Profi, hol dir die Karte, ich will mir die Karte gar nicht holen, sie bringt mir nichts, weil dann fängt das Spiel von neu an, natürlich wäre es geil, aber ich bin, wenn ich in Alicante im Finale landen sollte, bin ich mehr als zufrieden, wenn es eine Top-3-Platzierung wird, das ist quasi ein Träumchen, das wäre richtig geil. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde, wir haben die Wochenaktion, und zwar die Bodybuilding Week, passend zur Thematik, alle Bodybuilding-Produkte wie Kreatin, Isoclear, Whey, Whey Isolat oder beispielsweise auch Glutamin oder Cluster Dextrin sind um 20% reduziert, ja, für alle, die ernsthaft Bodybuilding betreiben, ist das das Richtige diese Woche, 20% Rabatt, Gott William, ihr wisst Bescheid, alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Dann geht's zurück am Montag, wieder nach Tschechien nach Hause, dann habe ich nochmal knappe zwei Wochen Zeit, um meine Bestform abzuliefern am 25. Mai in Warschau, was ebenfalls ein Pro-Qualifier ist, das ist dieselbe Location, wo der Regional war, jetzt am vergangenen Sonntag, und dann ist, denke ich mal, die Saison zu Ende für mich. Dann geht's rüber in den Aufbau, ja, ich werde nicht auffüllen mit Bodybuilding, das war ja eigentlich der Plan, ich weiß, ihr hattet recht, es wird nicht einfach, aber ich habe einfach Blut geleckt, Bodybuilding macht mir so Spaß aktuell wie noch nie, ich habe das perfekte Umfeld hier in Polen, mein Stresslevel ist niedrig, das Land an sich für Bodybuilding, was Lebensmittelauswahl angeht, ist brutal, Physiotherapie ist endlich bezahlbar, weil in Deutschland sind die Preise, was Physio angeht, kannst du dir eigentlich gerne mehr leisten, und müsstest du, damit du das regelmäßig machst, 6, 7, 800 Euro im Monat ausgeben, und das ist schon eine gewaltige Summe, deswegen, die Gegebenheiten, das Umfeld ist perfekt, Adam und ich planen natürlich schon den Aufbau, ja, dass wir an unseren Schwächen arbeiten, gerade was die Beine angeht, wobei ich fast jetzt wieder alles trainieren kann, Gott sei Dank, ja, Physiotherapie hilft, Peptide helfen auch, sind in Polen tatsächlich legal, kann man ganz normal benutzen, und somit kann ich die Beine auch gut bearbeiten, wir wollen an meinen Schwächen arbeiten, und dann geht es, denke ich mal, nächstes Jahr direkt weiter, vielleicht ist es schon im Frühjahr die Show, da werde ich mit Johnny dann zusammen auf der Bühne stehen, wer weiß, wird ein harter Gegner, oder Herbst, ich gucke, mal gucken, was passiert, man kann sowas natürlich schlecht im Voraus planen, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, man hofft natürlich nicht, aber die Pläne sind auf jeden Fall fest, nach der Saison wird nicht gefaulenzt, wird kein BJJ gemacht, oder was ich vorhatte, oder Ganzkörpertraining, oder Muskulaturabwurf, nein, es geht für mich direkt in die Reverse-Diet, wir nehmen den Rebound mit, arbeiten an den Schwächen, Gewicht war auch easy zu machen, also die letzten drei Wochen waren hart, aber es ist nicht zu vergleichen mit meiner letzten Prep, die treuen Follower kennen es, der Schwitzanzug, 120 Minuten Cardio, keine 2000 Kalorien, leer gelaufen, wochenlang auf unter 100 Gramm Carbs, am Ende auch null, zero Carbs, nur Eiweißfett, das war wirklich die Hölle, zudem musste ich noch in Dreischicht arbeiten, ja, ich war ein Fabrikarbeiter, als Chemikant, wisst ihr ja alle, ich habe Autolack hergestellt, produziert, Klarlack, und da war der Schlafrhythmus komplett im Arsch, das ist jetzt natürlich nicht so, okay, zum Ende der Prep ist der Schlaf eh immer im Arsch, weil du einfach gar nicht mehr schlafen kannst vor Hunger, aber, um euch mal kurz zu erklären, wie wir begonnen haben, wir haben die Diät mit 3200, 3300 Kalorien angefangen, und sind erst vor ungefähr vier Wochen runter auf 2,8, tiefer sind wir nicht gegangen, und selbst in der Peak Week bin ich noch mit 200 bis 250 Gramm Kohlenhydraten unterwegs, also, Adam weiß, was er tut, er kennt mittlerweile irgendwo meinen Körper, auch wenn es jetzt gerade mal 5 Monate Zusammenarbeit ist, wir haben auch perfekt auf die Sekunde genau, perfekt gepiekt, ja, ich habe diese Gummibänder in die Hand genommen, Backstage, nach 3, 4 Raps habe ich gemerkt, wie die Brust einfach voller wurde, vaskulär wurde, und da habe ich mir gedacht, okay, wir haben alles richtig gemacht, perfekt gepiekt, das wird gleich brutaler Pump, und ich versuche einfach, mein bestes Paket zu geben, ich hatte einfach Spaß an der Show, man hat es auch gesehen, ich war die ganze Zeit am Lächeln quasi, es hat richtig Bock gemacht, und ja, ich hoffe, in Alicante geht der Plan wieder auf, ich hatte heute Morgen noch 98 Kilo, wir haben Mittwoch, ich drehe das Video gerade am Mittwoch, und Samstag ist die Waage, da müssen noch ganze 4 Kilo runter, aber ich bin zuversichtlich, letzte Woche um die Zeit hatte ich ein Kilo weniger bereits, also wir sind ein Kilo im Vorschuss, weil ich habe mir ja Schnitzel gegönnt, sorry, Kotelett, Kotelett, ich wurde gehatet, es ist kein Schnitzel, es ist Kotelett, ich habe es einfach so übersetzt, aus dem Polnischen ins Deutsche, Pirogi, und abends, ich habe mich schon ins Bett gelegt, um 3 Uhr, war fast am Schlafen, und dann hat mich kurz der Carb-Teufel gepackt, ich so, komm, gehst du nochmal runter in die Küche, schnappst dir eine Packung Reiswaffeln, haust dir die weg mit bisschen Mandelmus, Marmelade, was ist passiert, könnt ihr euch denken, 2 Pakete Maiswaffeln, ein ganzes Glas Mandelbutter von ESN, ein Glas Marmelade, ein Butterbrot mit Käse in der Heißlochfritte, was dann schön geschmolzen ist mit Butter, bisschen Süßigkeiten, und dementsprechend, ich habe es, während ich gegessen habe, habe ich es bereut, ich weiß, mein Binge-Ding ist vorbei, aber nach so einem Wettkampf, ich dachte mir, komm, egal, und am nächsten Tag war ich auf der Waage 98, und dann kam so dieser Umschwung, am Dienstag hatte ich 99, aber über 100 Kilo waren wir nicht, ich habe Adam auch mit Adam Rücksprache gehalten, er meinte, ey, super, ich dachte schon, nach dem Carb-Load wirst du über 100 Kilo wiegen, also ich vertraue ihm voll und ganz, ich mache mich da nicht verrückt, für mich geht es jetzt noch Koffer packen, und dann fliege ich morgen nach Alicante, also jetzt am Donnerstag, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass der Plan aufgeht, Top 3 wäre ein Träumchen, wie gesagt, in der Klasse, aber Finale muss drin sein, das ist mein Ziel, das will ich erreichen, das werde ich auch erreichen, und ja, in diesem Sinne, verfolgt fleißig den Kanal, hier ist jetzt weniger Reaction, mehr Bodybuilding, und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, die Resonanz ist wirklich brutal, ich lese jede einzelne Nachricht, ich kam gar nicht hinterher, ich hatte nach dem Wettkampf über 3.000 Nachrichten, das ist kein Scheiß, über 3.000, 4.000 Nachrichten, habe drei Tage gebraucht, um das Ganze zu beantworten, also nimm es mir nicht übel, wenn mal die ein oder andere Nachricht untergeht, aber ich lese mir so gut wie alles durch, außer die Nachrichten, Anfragen, da bin ich noch hinterher, in diesem Sinne, Freunde, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen, ich gebe weiterhin Knallgas, muss noch heute 4 Liter trinken, und wir haben schon 17.25 Uhr, das wird hart, die Trinkerei ist kein Problem, aber die Pinkelei nervt, also in diesem Sinne, Freunde, vielen lieben Dank für Ihren Support, ich bedanke mich bei euch, und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.